Hallo! Hallo! Wir sind jetzt auf dem Weg zur Buchbünderei in Schwerin. Wir sind schon in Schwerin angekommen und sind gleich in der Severinstraße. Mal schauen, ob die Gesangbücher jetzt nach fast zwei Wochen fertig geworden sind. Musik Wir sind jetzt eingeladen und jetzt geht's ab nach Neukloster. Musik Ja, schön, sie sind da, die neuen Gesangbücher. Vielen Dank an euch, dass ihr die uns gebracht habt. So sehen sie aus, die neuen Exemplare. Der Inhalt ist derselbe, wobei auch Falten entfernt wurden. Also kommt vorbei, guckt sie euch in live an. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank nochmal an allen, die das finanziell auch möglich gemacht haben. Wir freuen uns, dass ihr euch in den nächsten Mal. Wir freuen uns, dass ihr euch in den nächsten Mal.